Jarno, wir sind P10, Kultad in front of you, 3 Sekunden, dann Rossberg in front, try to catch that group. Don't worry, I'm pushing like a hell. Da wird der Trulli aufgefordert Gas zu geben, er hätte ja nur 4 Sekunden Luft bis zu Rang 9 zum Kultad und er sagt, keine Sorge Jungs, ich habe die Hölle.